Musik Ich weiß nicht, was der Stetzer da nochmal veranstaltet, ein kleiner Abgewichster ist, dass er den noch chippt, dann in der Phase. Das Einzige, was nicht dazu passt, ist leider unser 0-0, weil, haben wir das gerade gesehen? Von der Solidarität her, vom Rückhalt her. Ich hoffe, der Trainer erlaubt. Ein, zwei Getränke werden bestimmt erlaubt sein. Jetzt kommt der Freistoß und das ist das Tor! Das ist das Tor! Und wieder die Dresdner-Bahn! So, guck mal, was hier geht mit einem so einem Tor. Nächste Eingabe, Koch! Tor! Tor! 3 zu 3! Ja, wo bin ich denn hier? Das ist der Ausgleich! Das ist der Ausgleich! Tor! 3 zu 3! Das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht, liebe Freunde! Das ist dein Irrenhaus! Tor! 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 Tor!